Herzlich Willkommen im Herzenberg, Urake. Ich bin die Roswitha. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Legung. Schauen wir mal ins Wochenende. Was kommt auf dich zu? Was ist im Kollektiv los? Ist es eine allgemeine Legung? Bitte immer dran denken. Es kann auch nicht immer stimmig sein. Manchmal treffen auch nur Teile zu. Da spüre einfach für dich hinein, was für dich Sinn macht. Ja, wir schauen mit dem mystischen Tarot von Katrin Weltsstein. Erst einmal so, was liegt denn oben drüber? Worum geht es an diesem Wochenende ganz allgemein? Okay, dann gehen wir auch noch. Es geht um Gerechtigkeit. Also die Gerechtigkeit, da geht es um eine gut überlegte Entscheidung, das Gleichgewicht. Da etwas kommt wieder ins Gleichgewicht und die fünfte Scheiben, die haben sich hier gezeigt. Also vielleicht bist du auch gerade so in einer kriseligen Situation. Da kommt wieder Gleichgewicht, Ausgleich rein. Vielleicht nimmst du etwas in die Hand, beurteilst etwas anders. Es geht vielleicht auch um ein Urteil, um eine sachliche Auseinandersetzung mit dieser Krise oder diesem Mangel. Etwas, was dir fehlt und es fühlt sich vielleicht auch nur so an. Da schau einfach mal, ja, vielleicht, wenn du anders drauf schaust, die Perspektive wechselst hier von oben, so wie du die Dinge betrachtest, dann stellst du fest, dass du schon viel hast, auf dem Weg bist. Fünf ist die Hälfte von zehn. Ja, du bist schon, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Schauen wir mal, worum es da geht mit dem Mondmacht Lenormand von Patrick Scheller. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du immer nur gibst und ausgelaugt bist. Da ist auch wichtig, dass du da einen Ausgleich schaffst, dass das Geben und Nehmen sich gut anfühlt. Dass du da nicht zu viel gibst, also eben in ein Gefühl kommst des Ausgenutztwerdens vielleicht oder des Mangels oder ich kann nicht mehr. Also da kommt wieder die Waage ins Gleichgewicht. Schauen wir mal, worum geht es da. Okay, das waren sie. Wir haben die Schildkröte, den Buddha, den Engel und die Dornen. Ja, und dann heißt es vielleicht hier, mach langsam, finde deine innere Mitte, komm zur Ruhe, du bist hier beschützt. Also es geht vielleicht auch darum, mal in dich zu gehen, zur Ruhe zu finden, zu meditieren oder geh in die Natur raus. Mach mal ein bisschen langsamer. Das zeigt sich hier auch, dass du dich vielleicht aufopferst. Das ist ja noch gestern schon gefallen. Die Dornen. Ja, also achte gut auf dich. Das ist so grundsätzlich die Energie. Ja, vielleicht geht es ja um Stress, den du hast. Da ist Zeit, dass du dich um dich kümmerst. Für dich was tust, dir selber das gibst, was dir fehlt. Und dann schauen wir mal, ja, dein privates Umfeld, worum geht es denn da noch? Der Stern. Ja, der Stern, da fällt mir gleich so das innere Licht ein. Da darfst du auch wieder zu dir kommen. Das ist eine Schutzkarte. Und da geht es um Zuversicht, Hoffnung, dass sich etwas wieder entwickelt. Besser als gedacht vielleicht. Vielleicht, das ist so, ja, du schaust in eine glückliche Zukunft. So deinen Stern, deinem Stern folgen vielleicht. So, es wird wieder leichter. Schauen wir mal, was das Lennon mal sagt. Der Stern, darum geht es. Für Eier. Okay. Da haben wir die Eier, das Auge, die Maus und die Waage. Also wieder Ausgleich, Harmonie, Gleichgewicht. Mit den Eiern, da geht es um etwas Neues, um etwas, das wachsen darf. Es ist noch nicht ausgereift. Ja, du beginnst vielleicht wieder an deine Wünsche zu denken und, ja, folgst deinem inneren, deren, deinem inneren Licht, einer Idee vielleicht. Da arbeitest du dran, du überlegst, was kannst du machen, schaust dir die Dinge an. Die Maus hier, auf die du schaust, vielleicht sind das auch Ängste. Wir haben ja eher die Mangelkarte. Mangelkarte, vielleicht traust du dir etwas noch nicht zu oder du stehst irgendwie am Anfang, aber da ist trotzdem so die Kräude dabei, die Hoffnung, der Erfolg, der könnte sich einstellen. Du hast das Gefühl, dass das gut wird und da ist halt wichtig, dass du dich nicht aus dem Gleichgewicht bringen lässt und da wieder in deine Mitte findest. Ja, okay. Schauen wir mal, was in der Liebe los ist. Die Liebe, also Partnerschaft, Liebe. Worum geht es da an diesem Wochenende? Der Teufel. Na, den hätten wir jetzt nicht gebraucht, ne? Beim Teufel geht es immer um Abhängigkeiten, Süchte auch. Es kann sein, dass es um Eifersucht geht, Verlockungen, vielleicht auch, dass das Maß immer so übertrieben ist, so übertriebene Leidenschaften. Vielleicht geht es auch darum, Versuchungen zu widerstehen. Am Unterdeck, die Liebenden, also irgendwie ist es so ambivalent, also da ist jemand, der, ja, vielleicht will der dich verführen oder du fühlst dich so angezogen, aber irgendwie hast du das Gefühl, das, also es ist irgendwie verlockend, ja, vielleicht macht es dir etwas Angst. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du in deine Mitte kommst, deine innere Harmonie findest, weil wenn da noch jemand auftaucht, der dich so aus der Wahn wirft oder, ja, dich so beeinflusst, beeinflussen kann, dann ist es noch wichtig, dass du ganz bei dir bist. Und da nicht aus dem Gleichgewicht noch gerätst, okay. Die Liebenden unterm Deck, dann schauen wir mal, worum geht es bei dem Teufel. Okay, Stapel ist gemischt, da haben wir die Katze schon wieder, die war doch gestern auch da. So, wir haben den Park, okay, das kann sein, dass hier ein Treffen ansteht, die Taube, der Sarg, der Mond, die zwei Schwerter und die Krone, okay. Da ist wieder diese Vorsicht da, also da ist ein Treffen, steht an, kommt auf dich zu, das ist gleich am Anfang der Reihe, es macht einen friedlichen Eindruck, vielleicht bekommst du so ein Versöhnungsangebot auf ein Treffen. Ja, der Sarg und der Mond in der Mitte, da geht es um tiefe Gefühle, um Ängste, Sorgen, also das soll beendet werden. Vielleicht hast du dir viele Gedanken gemacht um jemanden, um diese Beziehung, die du hast, dann, ja, hört es erstmal auf, denn es wird hier offen besprochen, es gibt vielleicht ein Friedensangebot. Dennoch ist hier so, du gehst da trotzdem rein mit einer Habachtstellung, die zwei Schwerter mit dem Schild und der Taube, das ist so ein Friedensangebot, so Verhandlungen, da habe ich gerade im Kopf. Vielleicht verhandelst du neu, vielleicht, ja, geh zum Themen, wo man sagt, ich muss damit drüber reden, das fühlt sich nicht mehr gut an oder da möchte ich was ändern. Ja, und am Ende der Reihe, die Krone, das ist schon sehr wertvoll, dieses Gespräch, diese Offenheit und Offenbarung. Es geht darum vielleicht, dass man auch nicht mehr so die Gedanken geteilt hat, vielleicht ist das auch das Thema, der Stillstand, ja, der Abschluss dieser Ängste, was da auch immer ist, oder vielleicht auch diese Eifersüchteleien, Gefühle, der Mond auch, ja, so Emotionen, der Teufel steht ja auch für Leidenschaft, für Eifersucht, für Verrat, ja, auch so ein bisschen Misstrauen und Machtkämpfe innerhalb einer Partnerschaft, also, da bist du immer so vorsichtig, das macht dann, machen auch die zwei Schwerter ja mit dem Schild Sinn, dass du da halt, ja, dich versuchst zu schützen. Es fängt aber an mit dem Park, das heißt, man geht offen rein, man will friedlich da reingehen und sich mit dem Ganzen auseinandersetzen und es soll wieder geschmeidig werden, es soll einfühlsam werden und dennoch soll es nicht in Abhängigkeiten oder Co-Abhängigkeiten enden. Die Katze ist auch so Einzelgänger oder hat ihren eigenen Sinn, eigensinnig, kommt halt dann, wenn sie Kuscheleinheiten braucht und nicht, wenn das Herrchen oder das Frauchen das möchte. Dennoch geht es halt darum in der Partnerschaft, dass man trotzdem noch jeder für sich steht und nicht nur als Paar sich fühlt, also, dass man nicht mehr ohne den anderen was machen kann, sondern immer noch seine eigenen Interessen verfolgen kann und ganz wichtig auch die Eigenliebe war, die Selbstliebe und da geht es ja hier schon die ganze Zeit darum, dass du, ja, dass deine Wünsche nicht vergisst, mit dem Stern hier, wenn da neue Ideen kommen, darfst du die weiterentwickeln und, ja, vielleicht kann man sich da auch miteinander unterhalten, wenn du in einer Partnerschaft bist, wenn das deine Erlegung ist, wie man damit umgeht und da ist ja auch wichtig, dass der Partner hinter einem steht und da einen unterstützt. Sehr schön finde ich halt die Liebenden am Unterdeck, also, da geht es schon darum um zwei, die da miteinander den Weg gehen und, aber dennoch, du schaust diese Legung und es ist wichtig für dich, dass du dich selber nicht vergisst, egal wie verliebt und, ja, wie verbunden man ist. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, lasst mir gerne ein Like da oder einen Kommentar, da freue ich mich und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.